In Deutschland werden jährlich ca. 300.000 Gelenkersatzoperationen im Hüft- und Kniebereich durchgeführt. Daran sind etwa 1.000 Krankenhäuser beteiligt. Allerdings ist die Qualität der Versorgung sehr unterschiedlich und die Statistiken zeigen deutlich, dass in Einrichtungen mit hoher Fallzahl und langjähriger Expertise die Ergebnisse deutlich besser und die Komplikationsraten niedriger sind. Unsere Klinik ist seit 10 Jahren als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zertifiziert und hat allein in diesem Zeitraum ca. 16.000 Operationen an Hüfte und Knie durchgeführt. Unsere Ergebnisse bestätigen diese allgemeinen statistischen Daten.